Gestern erst ein Video rausgehauen und heute gibt es schon wieder Plus, es gibt ja jetzt so eine tolle App und das alles und viel mehr bringt uns dazu, heute schon wieder ein Video zu bringen, nach dem Intro, let's go! Mir wird jetzt schon immer warm ums Herz, wenn ich das Logo sehe, wenn ich ganz ehrlich bin. Oha! Danny, mir sieht es hier noch nicht, aber ich habe die umbenannt. Die sind jetzt in Deutsch die Namen hier oben. Deutscher YouTube-Kanal, deutscher Name. Ich finde das super. Okay, Aaron, hau raus, was gibt's da? Wir haben heute ganz wenig nur von Amethyst. Ich weiß, das ist nur diese eine Card. Ursula aus Colton, also da wo sie dann die Ariel auch verwandelt. Okay. Für Tappen darf man sich die obersten zwei Karten angucken und darf dann eine oben, eine unten hinlegen. Ist das, was Lila ja generell macht, also Deckmanipulation, Kartenmanipulation, Karten ziehen, das ist so ein Theme von Lila und das ist einfach eine gute Unterstützung. Okay. Wichtig ist hierbei, dass das nett wie bei Magic, bei Skry zum Beispiel ist, wo man aussuchen kann, wo man was hinlegt. Man muss eine oben hin und man muss eine unten hinlegen. Okay. Bin gespannt. Was gibt's noch? Rubin! Ein Abu mit einem Schwert! Abu! Ist zwar kein Charakter, aber es ist im Prinzip für eine Runde ein Schwert für Abu. He's got a Schwert! He's got a Schwert! Kann er ganz bloß zwölf das tun? Ja. Der ist bewaffnet und dann kann der Herr dazu knüppeln. Richtig gut! Ähm, dann haben wir Tangle. Da ist der in den Haaren von Rapunzel verwirrt. Ja, jeder Gegner verliert ein Lore. Ähm, gibt's auch schon ganz viele Diskussionen drüber über die Karte. Weil es klingt, als ob es einen Mehrspielermodus gibt. Ähm, das auf der einen Seite. Wir werden auch noch sehen, es gibt noch viel mehr Karten, die darauf schließen lassen, dass es wohl einen Mehrspielermodus gibt. Ähm, aber das Powerlevel von der Karte ist hart diskutiert. Viele sagen, es ist halt nicht wert, diese eine Lore abzunehmen, weil es Karten gibt, die bessere Effekte haben in dem Sinne. Ja. Ähm, man wird sehen, wie äh, situativ gut oder nicht gut diese Karte sein wird. Weil von unserer Spielerfahrung jetzt, was wir so gesehen haben, kann ein Lore ja verhindern, dass du gewinnst und kann mich ja dazu bringen, nächste Runde doch zu gewinnen. Eigentlich schon. Ähm, wird mal sehen, wie gut das ist. Ähm, dann haben wir Cut to the Chase. Das Mickey, äh, der Mickey als tapferes Schneiderlein. Genau. Aha. Das gibt einem Charakter Rush. Das heißt, sie dürfen dann schon mal challengen. Genau mein Ding. Also einmal angreifen, direkt wenn sie gespielt werden. Hey, Rush. Egal wo, ja. Ähm, klingt gut, klingt stark, klingt auch das, was man in Rot haben wollen würde. Okay. Gerade wenn man jetzt, ähm, unsere letzten, das vorletzte Spoiler-Video anguckt mit der Mulan drin. Okay. Wenn der Mulan direkt was angreifen darf, ist das schon sehr cool. Ähm, findest du eine gute Karte? Gehen wir weiter. Weiter. Zu den roten Charakteren. Mhm. Die neu sind. Dennis Liebling ist zurück. Der Captain Hook. Aber die ist weit rot. Okay. Ein Hook in Rot. Captain Hook, äh, für 7,55. Marschallah. Kann für zwei Questen, kann keine Tinte werden, ähm, wäre von den, also der kostet ein bisschen mehr als die Base-Stats hergeben, weil er natürlich Effekte noch hat. Ja. Ähm, hat einmal Rush, das heißt er darf direkt challengen, ähm, und wenn dieser Charakter der gerestet ist, ähm, dann kriegt ein gegnerischer Charakter mit Evasive, also der eigentlich nicht angegriffen werden kann, Reckless, das heißt der muss einen von deinen Charakteren angreifen. Ähm, im Prinzip so ein bisschen, der Captain Hook spielt so gegen den Peter Pan, ne, der Peter Pan hat Evasive und kann nicht angegriffen werden vom Captain Hook, aber der Captain Hook taunt ihn im Prinzip und sagt, ja jetzt greift mich an, ähm, ist, ist vom Flavor her, wird er sehr, sehr gut getroffen, ähm, weil der Captain Hook ja auch immer den Peter Pan ein bisschen reizt, dass er ein bisschen aggressiver wird. Okay. Dann haben wir einen... LeFou. LeFou. Der ist richtig stark, wird er, also die Karte von ihm, die Action-Karte von ihm, ähm, heißt witzigerweise jetzt auch dann Fan the Flames, wie sein Effekt. Ähm, macht auch dasselbe, das haben wir, ähm, habe ich mit dem Daniel ja schon festgestellt, es gibt Karten als Charakter, die einen Effekt haben, der dasselbe macht wie eine Action, die es gibt. Okay. Und dann steht auch immer der Name dieser Action quasi auf der Karte. In dem Fall ist das Fan the Flames und Fan the Flames sagt, ähm, man darf einen Charakter ready machen und der darf halt nicht questen die Runde. Okay. Ähm, möchte man mit dem Effekt ja sowieso nicht. Und die angesprochene Mulan, die es gibt, die macht immer, wenn sie einen gegnerischen Charakter zerstört, dass alle deine anderen Charaktere für eins mehr questen können. Diese möchten wir dann mit dem LeFou oder mit diesem Fan the Flames wieder ready machen, um mehrere Charaktere pro Runde dann zu töten im Idealfall und dann questen auf einmal alle Charaktere statt für eins für vier oder so. Ähm, ja, ist dann schnell vorbei, hätte ich jetzt behauptet. Braucht man fünf Charaktere, die das machen können, drei Charaktere vom Gegner, die die Mulan abtauschen kann und schon hat man gewonnen. Innerhalb von einem Zug. Also ist richtig gut. I see darkness in my future. Ähm, okay, weiter geht's. So, da haben wir noch ganz tolle Items, weil wir reden immer über Prinzessinnen und Villains und dafür gibt es jetzt quasi eine Antwort in Rot. Okay, Final Enchantment. Banish this item. Banish this item. Oh. Ja. Oh ja. Also wir haben einmal das Schwert vom Prinz Philipp von Dornröschen oder Aurora. Ähm, das Schwert kann man spielen, das Schwert kann man dann opfern und kann einen Bösewicht-Charakter damit zerstören. Ähm, das Gegenstück dazu ist dann der vergiftete Apfel. Wie sollte auch eine Karte, also welche Karte sollte es auch sein, wenn es darum geht, äh, irgendwas gegen Prinzessinnen zu machen? Im, im Prinzip kosten es dasselbe, weil der Apfel kostet jetzt zum Ausspielen eins weniger, dafür muss man das bezahlen, wenn man den Effekt machen wollen würde. Ähm, man darf dann einen Charakter resten oder excerten, wie es bei, äh, Locana heißt. Das, ähm, ist okay, ist jetzt nicht besonders gut, aber wenn der Gegner eine Prinzessin ist, dann wird der gebanished. Ähm, also im Prinzip einmal Villain Removal, einmal Prinzessinnen Removal. Flavor-mäßig auch supertolle Gartenwitte. Ähm, ja. Rot hat noch ein paar mehr Tools, gerade die beliebten Keyboard-Charaktere dann wegzubekommen. Sehr gut. Ich glaube, Rot wird gut. Dann haben wir hier Sophia. Oh, die ist sehr cutie. Okay, work together mag ich. Mag ich. Hätte man nur noch, das ist schon ein sehr gutes Duo, um hier mal auf Disney einzugehen, aber cooler, noch cooler wäre das gewesen, wenn es Timon und Puma gewesen wären. Aber okay. Hau raus. Let's go. So, also wir können jetzt für eins einem Charakter Support geben. Support kennen wir schon, also Support gibt beim Questen die Stärke weiter. Ähm, weiß jetzt nicht, wie stark ich die halten soll. Ich finde die jetzt nicht so besonders stark. Wir werden sehen, wenn die fertigen Decks da sind, wie gut Support ist und ob sich das lohnt, das jemandem zu geben. Ähm, aber an sich passt das halt von den Farben ganz gut. Es gibt ja mehrere Blau-Supports, es gibt Karten, die davon profitieren im Prinzip. Ist okay, ist okay. Kann zu Tinte werden, ist immer ganz wichtig. Yes, also das finde ich auch. Lass uns auf die Bell kommen. Die Bell, die ist nämlich richtig stark. Bei der Bell steht, strange but special. Ja. So strange ist doch die Bell gar nicht. Ah, für ihr Dorf war es schon seltsam. Okay, stimmt. Die war ja zeitweit voraus. Okay. Die war ja auch in Hogwarts. Egal. Man muss jetzt schon mal sagen, das ist jetzt die erste Karte, die eine Regel im Prinzip aushebelt. Okay. Weil normalerweise darfst du eine Karte pro Runde in deinen Inkwell legen als Tinte. Und die Bell sagt, read a book, du darfst noch eine da reinlegen pro Runde. Das heißt, solange die Bell dran ist, darf man jede Runde zwei Tinte machen. Solange ich die Bälle auf dem Feld habe, darf ich zwei anstatt eine Tinte spielen. Jede Runde, ja. Und dann kommt der Clou an der Bell. Die möchte nämlich, dass du zehn Tinte machst im Prinzip in deinem Inkwell. Das ist ihre zweite Fähigkeit, weil wenn du zehn oder mehr Karten in deinem Inkwell hast, Quest die für fünf. Vier! Die plus vier. Also für fünf. Bitte? Und es ist eine Prinzessin. Das heißt, mit Prinzessinnen-Synergie kann man die alles wieder ready machen. Oh ja, und dann kommt die Moana. Die Moana, dann darf man wieder questen. Wird spannend. Wird spannend. Oh je. Okay, also für mich klingt es anfangs nach einer Prinzessinnen-Williams-Meter. Jetzt irgendwie. Ja, und auch Anti-Prinzessinnen-Williams-Meter, weil du hast ja die zwei Items jetzt gesehen, die spezifisch da dafür sind. Das heißt, wenn du weißt, ich spiele ganz viel gegen diesen einen Tribe oder gegen diesen einen Trade, besser gesagt, dann möchtest du natürlich auch dieses Removal einpacken. Jetzt bin ich gespannt beim Deckbau. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob die ein Sideboard in Erwägung gezogen haben, weil das sind natürlich potenziell starke Sideboard-Karten. Sideboard-Karten, natürlich. Das heißt, wenn du weißt, okay, mein Gegner spiele jetzt Prinzessinnen, dann bohre ich das Prinzessinnen-Removal, weil das Schwert macht ja, wenn du keinen Willen-Gegner hast, gar nichts. Ja. Also... Nochmal ganz kurz hier dazwischen für alle, die sehr viele neue Ausdrücke, Wörter, was auch immer hört. Es wird in der Bear Academy hoffentlich bald demnächst ein Video mit Aaron und mir geben, wo wir mal auf diese ganzen Wall... Ich war am Anfang völlig überfordert mit allem, aber ich glaube, da sollten wir dringend was tun, um euch, die jetzt anfangen zu spielen mit Lokana, ein wenig mehr abzuholen. Es gibt immer so TCG-Slang, würde ich ihn jetzt mal nennen. Absolut. Das sind alle Worte, die querbeet über jedes TCG hinweg verwendet werden. Yes. Und es gibt natürlich jetzt auch wieder Lokana-spezifische Keywords, die erklärt werden müssen. Es gibt die sogenannten Trades auf den Karten, die synergieren können. In dem Fall reden wir ganz oft über Prinzessinnen oder Villains. Es gibt dann noch Items, die Synergie haben, also Gegenstände auf Deutsch. Ich würde sagen... Das ist dann alles wichtig, wenn man ein Deck baut später. Dazu gibt es natürlich dann Videos von uns. Und solltet ihr dazu Fragen haben, könnt ihr das natürlich auch immer unten in den Kommentaren fragen. Da wurde mir unserem letzten Video auch nach einem Erklärvideo gefragt, das es natürlich schon bei uns auf dem Lokana-Kanal gibt. Aber das kann man ja nicht immer wissen und nicht jeder klickt sich durch alle Videos durch. Deshalb bei Fragen immer gerne da unten die Kommentarfunktion benutzen. Ich setze jetzt mal einen Spoiler, auch wenn ich den Aaron vielleicht damit unter Druck setze. Freut euch auf ein TCG-Slang-Video diese Woche noch von Aaron und mir. Gut, wir kommen zu Jasmin, Queen of Agrabah. Ja, das ist wieder ein Shifter. Also man darf sie für günstiger über eine andere Jasmin drüber spielen. Denny, wo warst du denn, als die ganzen Songs gespoilert worden sind? Die hätte man alle singen können. Das war ich da in meiner vierwöchigen Zwangspause. Das kann eventuell sogar sein noch, dass das in der Zeit noch umgefallen ist. So gerade am Ende. Aber das hat doch super gepasst. Yes. Also Shift 3. Dann immer wenn sie, also wenn man sie ausspielt oder immer wenn sie questet, darf man zwei Schaden von einem Charakter heilen. Da haben wir wieder Prinzessinnen, haben eine sehr starke Synergie mit anderen Prinzessinnen, auch in Bernstein. Und das Thema von Bernstein ist auch sehr viel Heilung. Und Jasmin passt da halt sehr gut rein. Okay. Wider. Schmaragd. Schmaragd. Sudden Chill. Das ist die Cruella! Ja, das ist die Cruella. Oh, vor der habe ich ja Angst. Für zwei muss der Gegner eine Handkarte abwerfen. Mhm. Finde ich das ein bisschen teuer. Ich kenne es aus anderen TCGs im Prinzip. Da ist es oft billiger, hat ein paar Restriktionen oft. Aber da der Gegner ja sogar die Karte wählen darf, die er abwirft, finde ich es ein bisschen zu teuer. Das Gute ist, dass es Tinte werden kann. Denke ich wird trotzdem gespielt werden so. Weil es dem Gegner natürlich, also bei Lokana ist es immer, sieht man das sehr, sehr schnell, wenn man das Spiel lernt. Deine Hand ist sehr, sehr wichtig, weil es sind sowohl die Karten, die du spielst, als auch deine Tinte. Ressource. Wenn du beides, also sobald die Hand leer ist, ist schon sehr schlecht. Und dann haben wir jetzt noch eine ganz eklige Karte für deinen Grünen. Darf ich bitte, bitte, skip the drama Stay with Mama. Die Mama Gote. Geil. Solange die exerted ist, also solange sie gerestet ist im Prinzip, darf der Gegner nicht questen. Das heißt, ich quest mit der jede Runde? Ja, und dann muss der Gegner sie angreifen, weil er darf nicht questen. Aber sie ist 3,6. Ja. Die lebt ein bisschen. Ja. Nice. Nicht nur das, wie gesagt, bevor er überhaupt was macht, bevor er überhaupt dran denken darf zu questen, muss er die loswerden. Der Selfish Manipulator. Ja, also grün hört sich immer mehr auf was an, was mir super viel Spaß macht und Kai der beiden Gegner wird Spaß dabei haben. Okay, weiter geht's. Ich glaube, das war's schon. Okay. Aber wir haben natürlich nicht nur das für euch. Richtig. Weil heute gab's ganz, ganz tolle News. Wir wechseln mal die Ansicht, ihr Lieben. Wir gehen mal in unser normales Card Opening. Hier haben wir unsere wunderschöne Battle Bear Matte. Und der Aaron zeigt euch was. Es gibt, ist das seit heute? Also ich hab's heute das erste Mal gesehen. Okay. Vielleicht seit gestern, vielleicht seit vorgestern. Wir haben's heute gesehen. Es gibt jetzt eine Lokana App. Wir zeigen euch das bewusst auf dem Handy, obwohl das hier ein bisschen flackert, um euch einfach zu zeigen, wie cool das Ganze ist. Also ihr habt halt auf der Startseite, werdet ihr immer neue Artikel haben. Da werden sicher auch Leaks und Ähnliches verbreitet. Wenn man dann da draufklickt, kommt man zu einer Seite, zu einem Artikel. Was ich sehr, sehr, sehr gut finde. Sehr gut. Und das hat mich eben sehr viel Zeit in meiner Mittagspause gekauft. Ich hab Karten gelesen. Ihr Lieben, mit dieser App sind alle deutschen Karten gespoilert. Ja. Und ihr könnt euch die Karten groß machen. Ihr könnt lesen. Kann man die auch noch zoomen? Ja, zoomen. Nee, zoomen geht nicht. Ihr könnt hier oben anklicken, wie sie in Foil aussehen würde. Oh, Maschallah. Natürlich nicht im Besitz. Zur Wunschliste hinzufügen. Und so könnt ihr euch jetzt alle Karten anschauen. In Ruhe auf Deutsch lesen mit den Kids. Vorhin eigentlich so runtergeladen hab, waren einige noch kaputt. Nee, bei mir war alles wieder ganz froh. Das heißt, wenn man die groß machen würde... Ich kann mal gucken, ob das bei dem Hutmacher jetzt geht. Weil wir haben hier natürlich auch Spoiler... Äh, hier ist kaputt. Okay. Wir haben hier auch Karten drin, die noch gar nicht gespoilert sind im Prinzip. Aber wenn man sich Mühe gibt. Aber dadurch sind jetzt alle Karten gespoilert. Und man kann sie lesen in dem kleinen Bild. Das ist ein bisschen anstrengend. Aber es gibt jetzt alle Karten gespoilert. Und das ist halt cool. Man kann mit den Kindern jetzt mal anfangen, wenn man Bock hat, sich Karten richtig anzuschauen. In groß, auf dem Handy, abends ein bisschen zu lesen. Ähm, ich werd sehr viel Zeit da drin verbringen, bin ich mir sicher, weil ich da richtig Bock hab und mir das jetzt ein bisschen aufwind in Richtung Lokana gibt. Äh, dann hat die App einen Spielmechanismus, wo man sich seine Tinte zählen kann. Das gibt's einmal in hell. Das ist die, äh, Lohr. Äh, Lohr. Und einmal in dunkel. Das dunkel finde ich schon richtig schön. Yes. Ähm, und alle Regeln scheinbar, alle Spielregeln einmal noch hier erklärt mit Unterkategorien. Ähm, lest euch durch. Nutzt die App. Äh, lasst den Hype groß werden. Wir sind gespannt. Ich hab richtig Bock drauf. Und ich bin mir, war mir bis jetzt noch nicht sicher, was mein erstes Deck wird. Aber die App wird mir jetzt dazu helfen, das zu entscheiden, schätze ich. Ja. Ein Spoiler, den wir noch nicht gesehen haben. Gut. Ähm, wir sind raus. Checkt die App. Verwickelt uns hier unten in Diskussionen, äh, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Abonniert unseren Side-Kanal, auf dem ihr hier seid, äh, BattleBarelocana. Geht auch rüber zu unserem Hauptkanal, falls ihr uns noch nicht kennt. Äh, und checkt die Bearlogs dort ab. Da sieht man, wie verrückt wir wirklich sind. Aktiviert die Glocke. Wir sind raus. Der Aaron und ich, ähm, ähm, gehen weiter in den alltäglichen Wahnsinn. Und ich bereite mal das neue Video vor über... über DCG Slack. Haha. Das gibt's die Woche noch. Macht's gut, wir sind raus. Ciao. Ciao. . . . . . . Fasselbeer Fasselbeer Fasselbeer